mein bruder der köster und mein anderer bruder von einer anderen mutter der memo wir gucken uns jetzt zusammen den district von rap star an und ich glaube wir müssen jetzt nicht noch mal die ganze vorgeschichte erzählen rap star war früher mal bei uns ist dann irgendwann weg gegangen wir haben im letzten highlight schon erzählt was da alles fisch passiert ist dann gab es immer wieder sticheleien immer wieder story so verdreht wie es ihm gefallen hat dann habe ich im dezember dieses battle gemacht beim battle habe ich verloren danach waren alle hau hat verloren hast du eigentlich bei deinem battle rap star gedisst nein natürlich nicht warum hat er dann bei seinem battle dich gedisst weil es eine große chance war er hat zwei monate zwei drei monate hat echt jetzt eingefallen zwei drei monate nach mir hat er plötzlich auch ein angebot für ein match und in diesem match ist er mich voll komisch dass er nach dir ein angebot für ein match bekommen hat komischer zufall und danach in diesem battle da schon 100 jahre battles macht in diesem battle bis der mich so das battle ist raus sie kommen wir haben in derselben nacht geantwortet und ihn kurz mal ein ein lob verpasst dann zwei wochen später oder so plus minus hat er es geschafft zu antworten mit einem song mit videoclip und was weiß ich was alles und das ziehen wir uns jetzt rein nur zur vorgeschichte let's go der ist doch am schluss die ganze zeit überall hin nur noch mit taxi gefahren taxi gefahren was 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 sind michelon sterne michelon michelon das ist so ein französischer französischer mikrobiologe michelon reifen hersteller scheiß aber sogar so ganz gehört habe ich jetzt nicht ich wusste es doch mal einfach alle drei unsere köpfe so zusammen okay ich spule aber noch mal zurück rewind das ist so ding das ist halt wenn brüder teilen kopfhörer teilen ganz kurz wieso was glaubt ihr wieso hat er eigentlich diesen diesen satz raus genommen ganz einfach weil er sich gedacht hat wie hey du kennst doch rap star er hat sich gedacht ich weiß es ist das was du sag ich bin so abgehoben dass ich überall mit überall hin mit taxi fahr also zeige ich ihm jetzt mal so richtig wie abgehoben ich bin da schau j ich gehe in ein drei sterne michelon restaurant rein das war seine idee ich mach es auch by the way ich finde es auch gar nicht cool mit einem taxi irgendwie das ist gar kein flex das ist so ja nur einmal die schmidt straße 4 ist doch gar kein flex flex man noch nicht es ist ja sowieso es ist ja sowieso ein front gegen mich den ja der auch gar nicht von rap star ist dieses jay ist so arm und unerfolgreich das hat er einfach gehört von marvin von kuchen tv von von einfach von allen mit denen ich in der letzten zeit streit hatte hat rap star das gesehen der hat sich dieses argument nicht mal selber ausgedacht das selber weiß doch ganz genau dass also egal wie viel bei uns geht aber bei ihm geht nicht mehr also dieses argument überhaupt zu sagen jesus ist voll arm oder was heißt bei ihm geht nicht mehr bei ihm geht gar nichts ja keine ahnung er hat doch foto mit mit patek gepostet okay noch mal von vorne der ist doch am schluss die ganze zeit überall hin nur noch mit taxi gefahren hat der letzte kipp aus dem restaurant drei sterne michelon zwei kärten ein mann in tiefer trance blande blanche sauvignon melo schiraz sie meinten bleib auf dem boden deswegen hob ich ab hat er glaubt ihr der hat sich dafür extra so diese die marken raus raus gegoogelt ja blonde blanche du weißt doch wie er seine texte geschrieben hat ja hat er finde ich auch nicht schlimm aber es ist halt einfach nicht nur schlau wenn du das gegen die leute versuchst zu machen nee nee warte mal was wenn du jetzt flext über deinen lifestyle das ist ja das was er macht dass sein michelon also ich sag's hier noch mal es heißt michelon restaurants aber ist egal es heißt michelon ja okay sorry sogar sogar noch 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 krasser und dann dann willst du ja von deinem lifestyle sprechen genau du willst zeigen du bist ein mann genau 3 ist das obere 10.000 aber dann googelst du doch nicht nach teuren sachen also das finde ich passt zu dem flex ist durch showboy das ist dann du sagst es weil du wirklich mal also ich kann mir gerade nicht vorstellen wie sich rapster so ein so einen teuren wein kauft oder so das passt für mich gar nicht erinnerst du dich als wir damals bei warner gesigned haben da haben wir doch in diesem restaurant von tim elzer gegessen warner hat uns doch eingeladen und dann haben wir doch alle so voll die teuren steaks gegessen und dann hat rapster sein ganzes steak in so kleine mundgerechte würfel geschnitten und gefragt ob sie im rahmlos und die so was haben wir nicht ja aber okay es ist natürlich ein rapsong man übertreibt auch in dem rapsong aber wir wir reagieren darauf und wir kennen ihn halt ich wollte auch nur sagen ich ich schaue jetzt auch und ich reagiere einfach nur also genau das ist einfach unsere reaktion ich kann jetzt nicht lügen wenn jemand voll auf übertreiber ich bin voll reich macht und ich weiß halt dass es nicht so ist dann sage ich halt ehrlich meine meinung dazu zur lexer laut danke für fünf subs an die community nach der reaction gibt es ein freestyle ich küsse dein herz ich hoffe du bist noch lang genug wach aber wir sind gerade im run weiter geht's korrekte aussprache kannst du es in lautschrift in den chat rein schreiben damit wir jetzt nicht rum tippen müssen weil das ist ein bisschen umständlich okay weiter geht's sorry dass ich die ganze zeit unterbrechen muss kein problem jeder wo er was sagen also er sagt du hast ihn du 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 glaubst du hast an ihn geglaubt aber eigentlich hast du an dich mich selber geglaubt so dann also wieso macht man dieses investment was ja wirklich ein investment ist jemanden aufzubauen also was ist der was ist der mehr was ist der mehrwert davon also du hast anscheinend also du hast wir haben ihn über jahre aufgebaut weil es hat ja nicht einfach so irgendwie funktioniert nicht also davor war er ja ein absoluter niemand aber einfach so ein regionaler aber das ist ja auch unsere entscheidung wir haben ja als als label nehmen wir künstler unter vertrag und sagen wir investieren jetzt geld und jahre das lässt sich das lässt sich ja auch übrigens ganz leicht absehen wenn man einfach guckt natürlich ist diese zahl jetzt sogar beeinflusst aber wenn du vergleichst die uploads die er vor seinen ersten videos auf unserem channel gemacht hat als er selber unterwegs war und danach das war ein klassenunterschied ein klassenunterschied ja es war ein sechfälliger zahlen bei uns und davor war das irgendwas und das kann ist es jetzt sogar mehr wegen der zeit danach ja so aber um noch mal die line aufzugreifen also also wir haben dieses investment gemacht und wir haben das ist ja unsere entscheidung ja so vollkommen in ordnung aber er wirft dir vor du hast ja nur an dich geglaubt also wo ist da der mehrwert also du brauchst jemanden anderen auf und was hast du dann also du brauchst also dann dann würdest du ja nur eigentlich in dich investieren wenn du nur dich selber willst wieso sollst du überhaupt die arbeit aufbringen um jemanden anderen aufzubauen ja so gar keinen sinn so logisch betrachtet wie du das sagst macht wirklich keinen sinn aber wahrscheinlich will er darauf hinaus weil ich bin so schlecht und erst so krass dass wenn wir in ihnen investieren dann wird er ein superstar und dadurch können wir auch alle durch sein superstar glanz bekannter das macht voll sinn das hat auch voll gut das hat ja auch dann genauso funktioniert genau das hat extrem gut und das machen das macht man in allen branchen weil raps der ja ein krasser unternehmer ist das macht man ja immer so auch im fußball also ein fußballer der der gibt dann immer einem anderen fußballer den 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 ball damit der tore schießt damit der andere fußballer wiederum den eigentlichen fußballer dann mit hoch mit hoch zieht das ist auch in den fußballverlust passiert jeder kennt man die pass die passstrategie jeder kennt die story von roberto ronaldo roberto ronaldo ist nur durch christiano ronaldo bekannt geworden weil er immer die vorlagen gespielt hat jay wieso hängst du von netto aldi ist viel besser und was hat was hat raps da eigentlich gegen netto weiß ich auch nicht lass doch die leute bei netto ein so viele menschen sind froh dort günstige preise zu bekommen für ihre einkauf ist netto was schlimmes ja also ich bin jetzt nicht so ding ich möchte mich da nicht so einmischen ja ich hatte ja nur gefragt ob netto was schlimmes ist weil er sich über netto lustig also ich persönlich finde aber ehrlich gesagt aldi und lidl besser als netto um einfach mal auf dieses thema einzugehen ich persönlich mag die lieber aber ich würde auch immer gerne bei netto einkaufen ist gar kein problem also wenn ihr mich mal vor einem netto seht dann schaut gerne vorbei ich lade euch ein auf eine freeway dann lade ich euch ein auf die hausmarken cola die es bei netto gibt okay so weiter jetzt netto bester laden beste reibt sich auf ghetto mit verträgen war ich noch nicht vertraut dein bruder war mein manager und label und so etwas geht nie gut aus ich habe okay also also was war noch mal chronologisch jetzt am anfang ja gerade eben war das mit ich war ich habe ihn für meine ziele missbraucht es war gezielt gezielt ja genau also ich hätte behauptet oder ich glaube ich hätte an ihn geglaubt aber eigentlich habe ich nur an mich selber geglaubt und ich habe ihn für meine zwecke was braucht für meine ziele und dann kommt also das haben wir gerade mal ausgehebelt weil es macht diese line macht überhaupt gar keinen sinn ja das schon mal dazu und dann ging es weiter mit er hatte von verträgen keine ahnung ja da kann ich dazu mal sagen ich habe ich habe ich bin ja ich bin ein musikrecht sehr fit wie du ja weiß ich habe mit ihm und mit musik diese verträge auseinander genommen ich saß mit den tagelang da habt den habt den alles erklärt damit ich habe den auch gesagt nimmt euch ein anwalt die wollten keinen anwalt nehmen ich habe den alles erklärt also das mal nur zu der sache damit und den zeitgegeben da alles rumzumachen und wir haben sehr viel rumgemacht weil die jungs wollten so viel prozente haben dass ich natürlich trotzdem im sinne der sache dann auf sehr viel verzichtet habe auf unserer seite damit die jungs eben zufrieden sind und das war tatsächlich voll gegen 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 uns eigentlich dass ich da so viel freigegeben habe aber egal ist er trotzdem bei unserer entscheidung dass wir das trotzdem so anbieten das war nur zu der sache dann wirft er mir ja noch vor dass ich label und manager bin bisher sein vor und dass es nie gut ausgeht so was okay und wie wie ist es wie war das zum beispiel also das ist jetzt einfach eine these von ihm wie ist es bei banger musik gewesen also bei bei majo und was auch immer hatten die alle immer einen manager und weiß ich ehrlich gesagt weiß ich auch nicht also ich sag also wenn ich da was dazu fügen kann ich sag zwei sachen erstens ja kann sein geht voll oft nie gut aus aber erstens es gibt auch genügend fälle wo es gut ausgegangen ist und zweitens und das ist noch viel wichtiger niemand hat die jungs jemals davon abgehalten ein paar von ihren kostbaren prozenten an einen dritten manager abzutreten der dann zwischen uns und so sie haben hatten aber keinen bock dieses geld zu zahlen sie wollten lieber costa mit drin haben weil costa viel günstiger für sie gearbeitet hat ja deswegen einfach weil sorry für die unterbrechung ja das ist eine riesen spinne das witzige ist ja ich war gar nicht ihr manager es gab gar kein es gab gar kein management vertrag also habe ich management tätigkeiten übernommen darüber habe ich doch nicht mal nach ja ich war ich weiß das ja schon immer weil ich immer gesagt habe ich bin eigentlich gar nicht euer manager ich mache das einfach aus nettigkeit aus nettigkeit weil damit ihr das versteht manager der kümmert sich wirklich auch noch um ganz viel mehr unten label kümmert sich eigentlich nur um die veröffentlichung und eben um um die die prozesse und so weiter aber management kümmert sich darum dass das der künstler überall hinkommt dass da alles passt und sonst was und natürlich um die verhandlungen und sonst um eigentlich alles so label ist wirklich nur für die musik verantwortlich es gab nie ein management vertrag weil was raps natürlich nicht weiß und das wissen ja hier sicher viele im chat management deal bedeutet ja noch mal sagen wir mal einfach der klassische 20 prozent deal das heißt raps hätte noch mal 20 prozent abgeben müssen wurde er komplett die werden ja komplett ausgerastet weil die ja so prozent geil hätte sich dann hätte sich das geschäft vielleicht für auch für uns gelohnt genau habe ich aber nicht gemacht aus aus ich sag mal heutzutage würde ich das nicht mehr so machen früher habe ich das einfach gemacht so im sinne des projektes einfach so hey egal scheiß drauf jay ich mach das jay hat mir dann natürlich auch den rücken frei gehalten und das dann auch akzeptiert wenn ich das gesagt habe weil es war ja dann auch meine arbeit im management und jay war ja im label mehr und ich war ja mehr der manager das heißt so haben wir das dann aufgeteilt aber der label manager genau ich war aber nie offiziell der manager das heißt du warst nie der künstler manager genau das heißt das stimmt gar nicht er hätte immer zu jedem zeitpunkt hätten die jungs sich management holen können haben sie aber nicht warum weiß ich nicht ich habe das wir hätten gar keine macht es denen zu verbieten haben sie aber nie gemacht weil sie wahrscheinlich auch nicht mehr nicht geld abdrücken wollten und natürlich zufrieden waren aber der dieser vorwurf also einfach also einfach eine eine astreine lüge und rapster kann ja jederzeit mit indem er in seiner insta story ein ein bild ein screenshot von einem von costa unterschriebenen management vertrag postet er kann doch auch allgemein also rapster hat von mir auch die freigabe der kann auch den vertrag zeigen damit die leute sehen wie viel prozent er bekommen hat dann können es gerne die anderen mal vergleichen die künstler ich sagte jetzt schon dann dann das wird er zu seinem nachteil weil er weil die unglaublich gute prozente bekommen haben und noch eine andere sache habe ich hier gerade gelesen war die kontaktlinse seine idee weißt du das noch das war auf jeden fall natürlich weiß ich das noch sag mal das war meine idee die kontaktlinse war meine idee und auch diese auch diese diese ganze story mit dem weiß noch seine biografie dass er der bodyguard von buber war also die überhaupt die idee ihn als fiktiven charakter zu machen und nicht als den rap star bevor er bei uns war war er ja rap star der aus 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 seiner aus seiner gegend da so rap songs gemacht hat die auch stark waren wo er technisch cool war aber er war einfach ein typischer rapper nicht mehr und nicht weniger kein image oder sonst irgendwas und dieses image mit der kontaktlinse dieses dass das ja das ja was voll das dieses gesamte konstrukt das war von uns das ist ja auch das wollen wir als haben ja nie klein geredet ich meine was anderes das ist ja auch unsere aufgabe richtig als label ich als gutes label richtig deswegen haben wir das heute auch nie thematisiert genau und auch sein start mit koma war ja auch komplett darauf basiert sogar koma den sogar den titel habe ich habe ich dem song gegeben weil er mich gefragt wie sollen wir den song nennen also das mal nur also dazu dass er da irgendwie alleine gelassen wurde so so stellt das ja immer da aber ja gut im endeffekt sieht man ja seine genialen schachzüge musikalisch nach macht rap da sieht man ja dass das alleine echt halb voll gut drauf hat einfach ja er wiederholt im prinzip seitdem nur noch das was er bei uns gemacht hat aber hören wir erstmal den track weiter würde ich sagen oder oder war mein manager und label und so etwas geht nie gut aus ich hat die meisten streams für dich da sah es nie gut aus während riesig auf hat's mir vertraut ging costa in den ski urlaub kleine brüder sind erfolgreich was lasst die zeilen noch beiden beiden du bist 45 und du wirst für immer pleite bleiben also ich also also diese paar zeilen gehen auf jeden fall auch da gegen mich in anführungsstrichen ja die die stellen dich genau das ist ekelhafter dass ich während du auf hart vier bin gehst du schön schild warst du genau noch nie aber gut das ist ja auch rap ist ja auch okay ja und dass ich in ski urlaub ich war noch nie im ski urlaub ich weiß nicht was er meint dass ich in urlaub gegangen bin kann sicherlich sein sorry dass ich mal in urlaub gehe aber ich war auch nicht der manager rap star wenn ich der manager wäre dann hätte ich deutlich mehr verdienen müssen aber hey ist egal trotzdem irgendein ski urlaub keine ahnung was er meint ich war das letzte mal ski fahren als ich zwölf war guck mal er versucht einfach uns als familie als kaputt zu bezeichnen dass wir quasi untereinander uns im stich lassen so deine zwei deine beiden brüder sind erfolgreich und auf beiden beinen du bist 45 und du wirst für immer pleite bleiben also ihr seid voll reich und erfolgreich und ich bin deswegen pleite und euch ist das egal du fährst in ski urlaub ich bin auf hart vier er versucht einfach so fitner unter unserer familie zu stehen das zieht übel das funktioniert ich muss gleich gehen weil ich in ski urlaub ich habe mir auch schon mal schier gekauft vielleicht eines tages nehmt ihr mich mit ja aber zu so einem punkt kann ich noch nicht mal was sagen weil ich würde im leben im leben nichts schlechtes über seine familie sagen nein ich halte mich von sowas würde ich auch nicht und auch um diese fitner zwischen uns da spreche ich glaube für uns beide wenn der andere schönen ski urlaub geht dann gönne ich das dir von herzen dass du deinen spaß hast im ski urlaub ja und da gibt es bei uns nichts bro wir gönnen uns wir unterstützen uns gegenseitig brauchst du gar nicht irgendwie so und wir arbeiten ja auch bis zum heutigen tage zusammen mit wem arbeitest du denn noch zusammen von deinen alten leuten rap star gute frage gute frage kann ja mal rumfragen bei den alten leuten weiter jetzt bewegt sich auf dünnem eis doch du meinst nicht unbedingt weißt du was mir bei rap star auch aufgefallen ist jetzt da das jetzt so wieder aufgekocht wurde habe ich auch so ein bisschen ich bin ja immer noch wir viele wahrscheinlich wissen aktiv in der musikbranche eben als manager und unternehmer tätig und was ich ja voll krass finde rap star hat ja zu sein zu seinem hype er hat ja einen gewissen halb auch muss ist ja haben wir schön mit ihm aufgebaut ja und der war auch da und da hat er voll viel auch so gefeatured so ja bowser und whatever so echt so paar namen die dann in der zeit kleiner waren als er ja ich habe mich dann stimmt die waren alle zu der zeit kleiner auch hat 23 32 32 bauser hatte nicht auch mit juni was gemacht nicht weiß ich nicht ja gut im prinzip indirekt auf dem 8 sampler und ich habe mich dann gefragt die sind dann alle groß geworden aber wieso hat niemand mehr mit den von denen mit ihm zusammengearbeitet später nie wieder also und ich sag auch mal nur so ich bin ja in kontakt mit vielen von denen also sein ruf ist auf jeden fall unter diesen leuten sehr also die wurden auf jeden fall sehr schlecht behandelt von ihnen also im nachhinein wurde mir wurden mir echt sehr seltsame sachen über rap star erzählt von von seinem verhalten gegenüber denen dass er ihnen eben diese plattform gibt und so weiter das war so eine ganz komische geschichte für alle irgendwie und das ist so ein bisschen so habe ich mir ein bisschen erklärt wieso nie nie jemand von denen zurück gefeatured hat um ihnen auch ein bisschen hack abzugeben aber es hat niemand gemacht da ist immer so die frage bin ich gegen alle oder sind alle gegen mich das ist die frage muss man sich immer stellen wenn wirklich alle kein einziger von den großen dir irgendwie was zurückgegeben hat dann muss man sich manchmal die frage stellen warum ist es so ja ja es erscheint sagen wir es mal so erscheint nicht so viel also erscheint nicht so viel und vom prinzip einer freundschaft zu halten freundschaften sind nicht so kostbar die werden leicht überwunden es gibt da viele geschichten wir haben auch leute geschrieben nach dem ersten district haben wir auch leute aus rap star seiner vergangenheit geschrieben und da gibt es auf jeden fall auch geschichten wo er über die köpfe von anderen drüber gestiegen ist um überhaupt bis zu einem gewissen punkt zu kommen die die hatten wir noch nicht mal angerührt ich habe wir haben diese geschichten noch nicht mal angerührt also das ist schon ein sehr tiefer keller das in denen sehr viele leichen reinpassen und ich bin ich bin ich bin hier gerne sehr transparent wir haben nie gesagt wir sind irgendwie das krasseste label wir sind nicht das star maker label aber ich will hier auch noch mal betonen wir reagieren hier nur ab dem zeitpunkt als rap star von uns weggegangen ist haben wir niemals angefangen einfach so aus dem nichts schmutzige wäsche zu waschen ihn irgendwie anzuschuldigen ihn zu wissen oder sonst irgendwas es hat von anfang an damit angefangen ich weiß noch ganz genau der erste schritt war mir nichts dir nichts ein halbes jahr später setzt er sich hin in live stream und lästert aufs übelste über meinen bruder ab wie schlecht der gewesen wäre hat auch damals schon diese lüge behauptet du wärst sein manager gewesen und und wie krass du scheiße gebaut hast mich hat er damals rausgenommen und ab dem zeitpunkt bis zum heutigen tag immer wieder immer wieder das muss man ja auch einfach an der stelle sagen das habe ich auch schon mal in einem anderen stream gesagt er konnte halt immer super gegen mich schießen und nicht gegen dich weil er vor dir natürlich immer schiss hatte und du konntest dich nicht wehren weil du hat nämlich nicht wehren und deswegen hat er immer gegen mich geschossen und ich habe und ich habe ich 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 habe mich ja immer im hintergrund in der musikbranche aufgehalten und wollte auch nie vor die kamera aber jetzt wo ich mal die chance habe ist ja logisch dass das bei mir dann auch ein bisschen raussprudelt aber ja das lasse ich mir halt auch nicht mehr gefallen und irgend so einen schwachsinn den er da redet ich meine es ist mich auch eigentlich nicht mitte schreibt rapstar und takt 32 gab es nie ja die haben halt irgendwie miteinander ich war bei dem ding nicht dabei deswegen in berlin waren die immer also hat takt 32 immer sehr den kontakt zu ihm gesucht auch echt ja ja aber du weißt doch wie rapstar die leute immer behandelt hat zu seinen halbzeiten der war so wie seine karriere super arrogant von oben herab ja ja wirklich super arrogant und und die leute haben haben mir dann auch so später immer gesagt hey der ist voll seltsam der typ und das muss ich auch sagen das ist eine sache die ich am öftesten sagt man es so am öftesten öftersten wer mit ist das korrekt ich weiß also eine sache die ich am öftesten gehört habe ist dass leute gesagt die haben ich war ja nicht immer dabei des öfteren richtig dankeschön des öfteren gehört habe ist manchmal sind leute zum ersten mal bei uns ins studio gekommen und haben rapstar kennengelernt und ich habe so oft von leuten gehört alter ich habe rapstar kennengelernt ich bin voll enttäuscht der ist voll komisch der 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 verhält sich voll merkwürdig des der hat so eine so eine herablassende art und weise der redet nur ununterbrochen nur über sich der ist wie forrest gump wenn du dich neben den länger als fünf minuten setzt der zieht die ganze zeit nur von sich so also der hat eine sehr von sich überzeugte art und weise und auch die art und weise wie er mit anderen umgeht ist sehr überheblich sage ich jetzt mal das habe ich öfter gehört auf jeden fall so viel so ja das habe ich nicht nur gehört ich war ja immer dabei nicht und ich habe in meiner anwesenheit hat er das jetzt nicht ja ist ja logisch aber ich war ja mit ihnen dann auf sessions in berlin und so weiter da war ich nicht dabei war immer ein problem und das das war mir auch unangenehm dass er die leute immer also die rapper die halt gerade frisch frisch reinkommen dass er den halt dann weiß doch so rapstar mäßig so naja guck mal ich zeig dir wie das läuft so warte mal ab und so und das ding ist wurden seine karriere ging halt nur bis moment x und bei denen ging es dann halt weiter genau wie bei dem takt 32 und danach ist halt nie wieder was passiert weil eine sache ist klar dass das kann ich und du auch aus der musikbranche halt einfach sagen so wie ihr euch verhaltet in der musikbranche so werdet ihr irgendwann behandelt wenn es nicht mehr bei euch hype und das das checken viele nicht also die leute die zu ihren halb zeiten und rap star hat ja wirklich auch trotzdem muss man trotzdem sagen auch nur eine mini halb also das war jetzt nicht irgendwie voll der riesige halb in der musikbranche der hat gerade super angefangen wir haben das erste album super gehinkt bekommen und dann hätte es eigentlich weitergehen müssen dass es ein richtig großer halb wird ja dazu ist es halt leider nie gekommen und aber da hat er schon diese filme geschoben die halt bei den leuten dazu geführt hat dass halt danach wo es dann halt nicht mehr krass läuft und die größer geworden sind halt einfach nicht mehr nicht mehr cool sein wollten mit ihm ja das ist so das was ich wahrgenommen habe ja flisi flisi designs mein lieber herzlich willkommen schön dass du dabei bist aber intellektuelle hat gerade noch geschrieben der wer wie schindi scheinbar habt ihr solche leute angezogen aber da kann ich dir sagen aber intellektuelle jedes label in deutschland hat solche leute angezogen ich habe mit farid auch darüber gesprochen und dieses phänomen dass man leuten hilft und danach irgendwie im nachhinein die resonanz und das verhalten der leute denen man geholfen hat irgendwie nicht passt zu dem wie man sich zu den leuten verhalten hat so einen auf hier ist mein tisch kommt teil mit mir und der andere ist und danach schmeißt er dir den teller ins gesicht das geht nicht nur uns so das ist glaube ich so gut wie jedem größeren label in deutschland passiert je nachdem wie viel oder wenige künstler du seins und natürlich auch wie sehr die eine person natürlich voll krass über allen steht oder eben nicht und das habe ich halt nie gemacht ich habe mich nie krass über die anderen gestellt alter ich hatte guck mal ich habe bei schrezi damals zusammen mit p a mit casey mit manuel mit snagger mit pillert war ich auf diesen label und ich war in der zeit wo ich da war war ich vom hype sogar höher noch als p a und casey ich war zu der zeit in der deutschschrittszene größer und nach dem zeitpunkt nach schrezi weil das label halt einfach leider nicht professionell war haben wir ja macht rap gegründet und ab dem zeitpunkt habe ich einfach auch logischerweise nicht mehr jedes jahr released sondern einmal habe ich liest einmal hat der künstler reese mal der künstler reese ganz normal fair play weil ich eben nicht weil das macht rap eben nicht so aufgebaut war es geht nur um jesus wir haben von anfang an gesagt wir wollen mehr als nur das wir wollen ein richtiges label wo alle künstler aufbauen natürlich war ich mit costa der gründer natürlich hatte ich eine besondere position und natürlich war ich auch vor allem so in der zeit als wir das gegründet haben der bekannteste künstler so aber es ging nie nur mich weil während ich dann das gemacht haben haben p a und casey weiter jahr für jahr released noch mal released noch weiter gestiegen noch weiter gestiegen und ich hatte von album zu album teilweise drei jahre pause vier jahre pause fünf jahre pause das ist ja ganz normal dass das also das ist der beweis dafür dass es eben nicht nur um meine idee ging nicht nur um meine ziele sondern um das miteinander wir haben natürlich haben wir nicht wie hippies gedacht oder also wir wollten jetzt kein von liebe und haben wir tanzen ein bisschen auf dem schlossplatz rum wir wollten schon erfolgreich werden aber es ging um das uns nicht um dass wir zwei und wir saugen die anderen aus und nutzen die alle aus wir haben es bestimmt nicht perfekt gemacht aber so kannst du ja auch das funktioniert das funktioniert ja auch gar nicht da könnte man ja auch sagen dass rapster nur zum label gegangen ist um deine bekanntheit auszunutzen für seine für seinen erfolg das macht er doch bis jetzt das macht er denn jetzt gerade ja ja also sorry ja er hat auf jeden fall den den hype das ist jetzt den hype seines lebens sollen wir mal ehrlich sein seit der vermacht wird weg ist real talk seit der vermacht wird weg ist das ist jetzt das erste mal dass wieder mehr menschen von ihm mitbekommen richtig oder übertreibe ich ne das stimmt ja so er hat ja auch dazwischen auch voll oft released halter der hat die ganze zeit released es juckt einfach nur keinen schwanz hä aber er ist doch weg von machtrap das ist doch so so ein scheiß label gewesen ja aber egal ich will noch wissen was er noch dazu sagt so schauen wir weiter leute jay würdest du jetzt im nachhinein sagen dass der job als labelboss dem künstler jesus benachteiligt gebremst hat ja ja guck mal ja und nein ja weil wir wirklich teilweise muss ich sagen einfach pech hatten dass wir ein paar wirklich undankbare jungs auch teilweise dabei hatten aber auch nein weil ich muss sagen ich bin übertrieben stolz auf machtrap für mich ist machtrap für immer ein teil von meinem leben und ich finde es auch voll hammer dass wir in dieses twitch zeug und so machtrap auch mit einfließen können dadurch wird machtrap weiter überleben und weiter ein begriff in unserem leben bleiben darauf bin ich stolz drauf ist übrigens auch auch memet und sein zwillingsbruder sind ein teil vom machtrap ohne den es machtrap auch gar nicht gegeben hätte also auch ihm bedeutet das was deswegen auch wenn er natürlich so in der sache jetzt nicht unnötig irgendwelche kommentare abgeben muss oder auch will aber trotzdem das kann man ja sagen bedeutet dir machtrap auch viel also ich weiß nicht viele wissen es ja vielleicht auch nicht aber ich war ja schon mit jay unterwegs fünf jahre bevor es macht rap gab ich halte mich jetzt nur zurück weil ich jetzt mich nicht so einmischen möchte was ist mit raps und so abgelaufen ist ich finde es halt nur ein bisschen schade ich habe so ein bisschen was mit kriegt ihr wisst ja selber ich bin nicht so aktiv im internet ja habe mich auch mehr als zehn jahre zurückgehalten ja aber dass er jetzt so schlecht redet weiß nicht so ein bisschen zeichen von schwäche weiß ja ich selber wünsche ihm nur das beste das kann ich dir sagen auch wenn ihr jetzt so ein bisschen wie farb weiß ich habe mit raps da nichts das muss man schon sagen genauso ist auch mit china oder so ja ich bin es halt nur schade dass die leute also und dankbar sind ja genau ja das genau das ist es und wenn er doch so ein hybrid oder der bessere rapper ich oder ihr habt nur von warner was ich meine ich bin ja gerade gegangen wurde es mit warner kam das muss man auch sagen da bin ich ja nach china gegangen dann macht doch jetzt zeigt doch ja ja ich sage ich also ich wünsche es ihm ich will ich sage ja nicht so ja ja ich wünsche ich wünsche ich wünsche ich wünsche meinen größten feinden den größten erfolg der welt man muss ja auch ehrlich sein er ist ja auch nicht schlecht gewesen nein nein nicht nur nicht schlecht er ist wirklich ein guter rapper gewesen er hat seine mankos aber wir hätten nicht mit ihm gearbeitet wenn wir nicht überzeugt von ihm gewesen auch ich finde es halt nur nicht korrekt dass man dann auf irgendeinem freestyle battle in seinen texten dich mit einbaut um die schlecht zu machen ja das finde ich nicht korrekt das ist jetzt meine meinung weiß ich kenne mich vielleicht ist mittlerweile nicht mehr so gut aus wie früher das ist einfach voll berechnend er hat das halt gemacht weil er wusste also dass das meine einschätzung weil er halt musste weil er halt wusste wenn er jay in diesem battle erwähnt dass er halt wieder aufmerksamkeit bekommt ja und das ist halt also er wirft dir vor dass das du irgendwie gezielt irgendwie ihn benutzt haben genau aber dabei hat er dann die plattform er kann doch einfach sein battle machen und abliefern hat er ja davor auch gemacht battles es hat halt einfach niemanden gejuckt beziehungsweise ich weiß es nicht wie gut die battles davor waren dass irgendeins auf dem auf einem festival oder so keine ahnung ich weiß es nicht aber auf jeden fall ist das das erste battle wo wo überhaupt wieder aufmerksamkeit kam und das kam ja eigentlich nur weil er dich erwähnt hat das heißt er benutzt dich ja die ganze zeit um um aufmerksamkeit zu bekommen also die größte aufmerksamkeit in seiner karriere hat er erstens bei machtrip gehabt ja also davor hatte keine aufmerksamkeit dann haben wir ja gesigned aufgebaut koma die stars a und so weiter dann ist er weg von uns keine aufmerksamkeit jetzt erwähnt er dich im battle aufmerksamkeit sehr einfach einmal eins also ja also wer benutzt hier wen eigentlich und die vorwürfe die er halt dann bringt ist ja logisch alter wenn du wenn du was in raum wirfst da musst du halt auch mit einer reaktion rechnen vor allem bei so einem ich sag mal bei mir auch noch emotionalen thema wo ich ja noch nie was öffentlich zu sagen konnte wo ich die ganze zeit scheiße fressen musste weil er in der öffentlichkeit irgendwelche dinge über mich gesagt hat der hatte ich einfach massiv schlecht geredet der hat einfach im prinzip wenn wenn dein dein status empfindlich wäre hätte er dir damit in deinem beruf schaden können dass leute sagen hey wir wollen ja eigentlich gerade einen vertrag mit costa eingehen aber ich habe hier ein live stream von rap star gesehen und der sagt er hat ihn als manager links liegen lassen und bla das das schadet ja auch nicht unter künstlern ja es könnten andere künstler in der branche selbst hat er natürlich null einfluss aber das weiß raps dann nicht er könnte voll den einfluss haben und dann wäre es ihm scheißegal und einfach nur um sich dann nicht und ich will auch noch mal das weiß mehmet glaube ich gar nicht weil weil ich das nie erzählt habe und ich habe es nur in einem anderen stream gesagt aber ich will es dir auch noch mal sagen weißt du eigentlich dass er während der warner zeit versucht hat hinter unserem rücken hinter uns mit warner zu kommunizieren damit er direkt einen deal mit dem von uns weg nachdem muss hier gegangen ist hat er das versucht das sagt eigentlich alles aus über seinen charakter ja ich weiß aber auch nichts weiß also ich kann jetzt nicht sagen aber du weißt ja dass wir dich niemals anlügen ja aber wenn es wirklich so ist dann ist es ist wirklich so ich glaube das würde ich glaube das würde sie hat auch sofort bestätigen der damals der na von warner doch wir sagen nur den vornamen er ist auch nicht mehr bei warner aber wie auch immer das ist true story also das zeigt nur einfach was er für ein typ mensch ist also du schaffst es mit deinem label geil wir haben fetten deal let's go wir schaffen chart entry und was macht er der telefoniert dann hey den können wir nicht direkt einen vertrag machen also das ist für ein hintergehen von von deinem team also du hast ein team die fighten für dich ihr schafft was zusammen und dann macht rappen sprungbrett er und versucht dann praktisch die zu hintergehen also so verstehe ich genau ich habe jetzt das natürlich nicht mitkriegt auf jeden fall nicht korrekt das muss man schon sagen aber ich habe ja schon viele jetzt unkorrekte personen gesehen in den jahren das muss muss ich schon sagen wenn mit war wirklich eigentlich quasi von tag eins dabei klar also guck mal ich habe zum beispiel fast zehn jahre mit schindy zu tun gehabt der hat mich noch nicht einmal angerufen ich habe bei ihm geschlafen er bei mir ich habe bei ihnen gegessen seine mutter hat für mich essen gekocht also ich bin noch ganz andere stories mal noch dazu ja ich meine er hat jetzt nicht negativ über mich geredet oder so aber was ich halt absolut unkorrekt finde ich dass er nicht einmal nachgefragt hat wie es uns geht oder was ist ich stimmt aber ich glaube ehrlich gesagt da seid ihr nicht die einzigen ich glaube er hat das mit vielen ehemaligen freunden so gemacht aber wir waren schon sehr eng weißt ja auch jeden fall wir in studien studios verbracht haben einfach mal nach wie geht's dir oder du trete ich fünf kilometer von mir zu hause auf und kommst nicht mal vorbei also ist ja so auch wenn jetzt mit ihr streit hätte oder streit hat oder wie auch immer du weißt ganz genau ich würde jeden mal die offen halten und er und er weiß das auch jemand der uns nicht gut kennt und der vielleicht irgendwie angst hat vor dir und deinem bruder und sagt das sind die zwillinge wir können jetzt nicht weil wir haben streit mit j aber schindy wusste ganz genau dass er sich jederzeit bei euch hätte melden können seine mutter ist zu mir gekommen und hat gesagt passt mir doch mein sohn auf natürlich das war selbstverständlich ich war ja schon ich war einer der ältesten bei uns muss man schon sagen ja und schindy war der jüngste zu dem zeitpunkt aber ist egal hier geht es nicht um schindy geht zum rapstar wenn es halt ist aber gut das sind alles macht wird künstler gewesen ja das meine ich weiß ich habe schon viele gesehen deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück ich verstehe doch das ist auch dein wir haben von vornherein gesagt du sagst einfach das was du sagen willst aber aber hatten den fakten ich wünsche trotzdem jeden nur das beste das kann ich dir sagen guck mal ich habe gegen niemand was aber die sollen halt nur mit so hinterlistiger aktion weiß ich finde es halt nicht korrekt ist muss man schon sagen und und ich unterschreibe das auch also mir geht es nicht besser wenn es jemand anderem schlechter geht ich habe nichts davon wenn es rapstar schlechter geht aber wenn ich angegriffen werde dann wäre ich mich und das ist hier der fall das muss klar sein wir reagieren immer nur ja ich glaube die künstler verwechseln doch was ist ja auch du musst ja überlegen wenn sagen wir mal jetzt bayern münchen ein fußballer unter vertrag nimmt dann geht es ja natürlich auch zum teil über den fußball aber der muss ja sein bestes für den verein geben und so ist halt auch mit dem label ja aber das aber rapstar ist 0,0 prozent team player gewesen der er ist einfach so besser beurteilen das kann ich wirklich nicht so extrem viel mit ihm zu tun ja aber ich habe schon 20 30 mal habe ich ihn schon gesehen das muss ich mir sagen dass ich mir mit dass er so eine genaue zahl im kopf und es lustige ist so wie wir mit kennen stimmt die zahl wahrscheinlich ungefähr aber da muss halt auch sein bestes für ein label geben ist ganz normal dass ein label geld verdient durch ein künstler ja das ist ja selbstverständlich aber das ist ja das ding ja aber wir haben keins also wir haben kein gewinn erwirtschaftet wir haben umsatz gemacht wir haben ja die ganze zeit in ihn reinvestiert wir haben von ihm nicht profitiert das ist ja auch wir hätten profitiert wenn er loyal gewesen wäre wenn er da geblieben wäre und vor allem wenn er seinen arsch hingesetzt hätte und geliefert hätte wenn er nach dem nach dem ersten album sofort das zweite geliefert hätte und das dritte und das vierte und das fünfte ja klar das hat er ganz klar nicht aber können wir weiterhören natürlich auf jeden fall passiert ist ja du bewegst dich auf dünnem eis doch du merkst es nicht wann wird aus dir ein mann du bist fast 50 und verdet ich bin 30 und ich hänge nur noch mit gleichgesinnten menschen die reich am wissen sind und keine zeit verschwenden eine halbe stunde mit mir reden ist ein teurer spiel mit wem hängt eigentlich rap star ich habe keine ahnung gleichgesinnten das weiß ich nicht interessiert also ich habe keine ahnung mit wem er rumhängt ich sag ehrlich es ist mir aber auch ziemlich egal ich habe mein blick auf morgen also gebe ich heute gas so drei käse hoch wie stress okay wir machen es kurz seitdem ich weg bin gab es bei euch nie wieder kassensturz das ist okay friedrich das ist oberflächlich du bist broke aber träum ständig vom roten teppich also seitdem er weg war bei uns gab es kein gab es kein kassensturz und ich bin ständig pleite und träum vom roten teppich tatsächlich als wann war das ist macht rap war ja als label einfach ganz ganz jetzt redest du auch in die kopfhörer er war einfach geschlossen ja genau und kassensturz ist ehrlich gesagt auch gar nicht das die richtige bezeichnung dafür was er glaube ich meint kassensturz macht kassierer bei netto ja moment mal haben wir da eine verschwörungstheorie kann es sein dass netto weiß dass ich vom netto ähm rap star weiß dass ich vom netto bin weil er im netto arbeitet so ja aber gut ja keine krassen rap stars reich weiter kannst verstehen es ist nicht leicht wenn deine träume platzen mir kommt es vor als wird das money auf den bäumen wachsen es gibt legenden die älter sind die ich respektiere und es gibt jesus der nie gelernt hat zu reflektieren du bist kein uhrgestein ich habe eine uhr mit steinen jesus ist ein lügner ja und lügen haben kurze beine also wir halten mal fest rap star ist auf jeden fall ultra reich das schon mal also das wurde jetzt sehr oft gesagt und ich finde ich finde wenn man jetzt nur auf den fall rap star guckt dann anscheinend machen lügen eher lange beine weil alles was ich sage kann ich belegen vor allem zum beispiel dass rap star wie gollum aussieht weil das sieht man hier in diesem video so dass das was er da sagt das muss er erst mal belegen ist die frage was für beine lügen machen auf dem match der opa willigt nicht ein pack ich den dick aus denkt die kraute könnte zwillinge sein mein kopf ist also wenn sich was ein shit du da laberst wessen kopf steckt denn im arsch eines lilliputanas ist an der stelle ein kleiner roost ist einfach roost auch diesen obwohl er ihn überhaupt gar nicht kennt ja ich habe einen witz darüber gemacht dass rap star sein kopf so klein ist und er sagt ach ja wenn mein kopf so klein ist wessen kopf steckt dann im arsch eines lilliputanas und das ist auch wieder ein punkt da sage ich auch da sage ich auch was rap star als rapper betrifft ich war echt überzeugt ich habe an rap star damals geglaubt ich sag's sogar in meinem district aber den rap star gibt es heute nicht mehr rap star für mich das sage ich das meine persönliche meinung als ein rapper und der auch ahnung von retter rapp hat rap star hat sein feuer komplett verloren er ist kein krasser rapper mehr in diesem district benutzt er lauter sachen die einfach meine feinde in der letzten zeit gegen mich benutzt haben jay ist irrelevant jay ist erfolglos jesus hat hat 4 arm und jesus kriegt bei russ in arsch nummer eins argument obwohl rap star sogar am besten wissen müsste ich war mit russ schon befreundet als ich rap star entdeckt habe ich kenne russ verdammt lange das weiß sogar du rap star damals unten riecht das doch so nemet war dabei als ich russ kennengelernt habe der der rap star ist ja erst fünf jahre dann aber noch 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 später jahre so danach genau was auch witzig ist der support auch von hiphop.de auch bei rap star sachen der kam auch durch deinen draht durch russ auch richtig ist es hat halt selber auch von diesem wie er nennt lili putana profitiert ja so aber ihm beleidigen hey ja ja aber das ist halt das zeigt ja genau das einfach was mir nur auffällt das ist ich finde sogar der district ist genau das gleiche problem wie auch sein battle am und auch am ende des tages wie wieso es bei rap star auch mit dem erfolg immer sehr schwierig war über ein gewissen über ein gewisses level hinaus zu kommen weil es einfach inhaltlich in diesem battle also in diesem district alter das ist man noch den gegner aber er spricht jetzt auch in diesem dis die ganze zeit darüber wie reich er ist ja also und vor allem stelle ich mir die frage so und das das mache ich jetzt mal aus sicht eines fans ich weiß doch dass du mit deiner musik keine millionen streams hast also ich weiß dass du mit deiner musik nicht nicht reich bist so von mir aus keine ahnung vielleicht macht er voll die krassen ähm immobilien und sonst was er sei ihm gegönnt wir wissen es ja nicht kann ja sein dass er es macht so ich glaube nicht aber aber gut wir wissen ja auch was er arbeitet also das wurde uns ja auch zugetragen aber mit sowas das geht uns nichts genau das ist ja alles unsere art und weise sowas aber gut er will eben zeigen dass er mega rich ist und so und ne richard mill trägt äh und sonst was aber aber das ist doch kein district und vor allem und das lustige ist dass er das macht nachdem er mich in seinem battle gebettelt hat dafür dass mein erstes battle so schlecht war und er macht aber in seinem district gegen mich genau den gleichen fehler wie ich bei meinem ersten battle nicht sofort den anderen direkt betteln und deswegen sage ich ich finde er ist als rapper richtig finished er ist richtig am ende sein ideen reichtum ist weg sein feuer ist weg er hat keine das was er hier gerade rausgeholt hat wo er zwei wochen gebraucht hat das war das maximum was bei raps da ging und das ergebnis ist du siehst aus wie ein penis du bist voll arm ich bin voll reich du bist im arsch von roos drin so also es ist halt einfach inhaltlich das ist halt immer das problem ist ist inhaltlich ich habe versucht die leute bei meinem district zum lachen zu bringen lustige punchline zu machen ich habe versucht aus meinem ersten battle auch zu lernen es besser zu machen es geht bei einem battle um unterhaltung und nicht es so ernst zu nehmen der hat es ja auch voll ernst genommen warum können wir hier gerade sitzen und so ernsthaft auch sachen sagen die halt voll peinlich für rap star sind weil wir die wahrheit sagen und die auch belegen können und er sie nicht widerlegen warum können wir das machen nur weil er sein district so ernst genommen hat habe ich mein district ernst genommen ich habe ihn als strichmännchen gemacht und zwei minuten darüber gerappt dass sein spargel darzahn ist und blablabla ich habe einfach einen unterhaltsamen battle track gemacht weil ich raps da gar nicht ernst nehme ich nehme raps da gar nicht ernst und würde er nicht im nachhinein die ganze zeit nachtreten dann würde ich gar nicht über ihn reden oder wie viele district habe ich in der letzten zeit gegen musse gemacht oder gegen irgendeinen anderen ex künstler von uns der nicht über mich redet ja ich kann dazu halt nur sagen wenn du doch so schlecht arm alt und was weiß ich was bist warum redet er dann über dich auch gute frage ja dann soll er halt nicht drüber reden aber ist egal machen wir weiter ich würde mal gerne jay ist immer da immer da wo es was zu holen gibt nennst dich king im süden aber ich seh deine krone nicht erfolgreicher als du auf deinem eigenen label ohne mein vorschuss hätte dir doch heute keinerlei knete das mikro in das du weffst wurde von mir finanziert das studio in dem stopp mal stopp mal bitte stopp lass den abschnitt zu ende laufen jetzt wurde von mir finanziert die gabel mit der du bist wurde von mir finanziert und wenn ich Bock habe dann wirst du das alles wieder verlieren jetzt also bitte stopp also geile schnelle das muss ich kurz mal das studio selber oder was das studio haben wir durch webstar finanziert der war doch gar nicht ich war doch da dankeschön da seht ihr es von jemandem der hier wirklich keine danke dass du das so sagt dass dass man hier leib sieht dass du auch einfach so das ist einfach die wahrheit das ist aber es ist ja auch ja aber er muss ja leute also ich weiß nicht aber er nimmt aber ernste themen das macht man nicht da macht lustig da macht witz über glatze oder klein oder sonst irgendwas aber er nimmt ernste themen die das business im hintergrund und wie gesagt ich deswegen sage ich das ja auch deswegen fand ich es auch cool dass du dir auch zeit genommen hast dass du auch mit dazu sitzt weil er spuckt ja im prinzip auf einen namen den viele leute mit aufgebaut haben auch zum beispiel ihr also er tut so als ob er das so rausgebixt hat hier ich habe kurz mal macht rap gemacht hier ich habe studio habe ich finanziert mikro habe ich finanziert gabel habe ich mir das gemacht du hast meine eier finanziert du hast gar nichts finanziert du hast in erster linie deinen drobenkonsum finanziert in erster linie haben wir ihn finanziert ja so ganz einfach und ich glaube echt ich muss das mal echt noch machen wenn ich wenn wir wieder im büro sind dann hole ich einfach mal eine abrechnung raus eine offizielle ich schwärze die ja und dann stehen da minus keine ahnung ich weiß es nicht wie viel aber richtig hoch fünfstellig alter wir haben ihm eine wohnung finanziert sorry wenn ich so sagen du hast unser studio finanziert wir haben deine wohnung in stuttgart west finanziert wir haben dem alles finanziert haben das komplett gezahlt das weiß ich nicht ja ich erzähle es dir gerade du bist du warst zu der zeit nicht dabei aber ich erzähle es dir gerade er hat er konnte zu hause nicht schreiben bei mama wir haben gesagt egal komm wir finanzieren dir ein halbes jahr eine wohnung nicht nicht unsere aufgabe als label nein und wurde auch von niemandem getragen auch nicht von warner das haben wir aus unserer tasche gezeigt er hat ja auch ein vorschuss ist undankbar also frag doch mal ein major label du kriegst ein vorschuss und dann hey könnt ihr mir noch eine wohnung finanzieren das war sich mein major weil wir wirklich an ihn geglaubt haben und weil wir ihm so wie allen unseren künstlern so gut wir konnten versucht haben eine möglichkeit zu geben ein ein freiraum zu haben um sich künstlerisch zu entfalten und bei manchen so wie bei ihm aber nicht nur bei ihm sind die ansprüche immer größer geworden und der respekt und die dankbarkeit immer kleiner geworden ist einfach so und übrigens noch eine sache und wenn ich will kann ich machen dass du das alles verlierst mach mal rap star mach mal dass ich das wieder verliert ist würde ich gerne sehen ich würde es auch gerne weiter also ich bin jeden tag live das ist die einzige wahrheit ja genau ich bin jeden tag live warum weil du recht hast rap star ich träume von vom roten teppich und genau deswegen weil ich gerade nicht auf dem roten teppich bin mache ich jeden tag was was machst du jeden tag was machst du jeden tag ich bin jeden tag live weil ich versuche mich hoch zu arbeiten konnten zu liefern die menschen zu unterhalten dass sie eine gute zeit bei mir haben die leute schreiben mir jay danke danke dass du jeden tag live bist dass du uns unterhält dass du über unterschiedliche themen mit uns redest danke dass du nicht aufgibst danke dass du immer noch dran bist weil es mir wichtig ist was machst du jeden tag was machst du seit sechs jahren die du jetzt schon von uns weg bist jeden tag vielleicht macht er voll krasse sachen ja ja auf jeden fall jesus ist game over rap sticky ich bin star rap sticky ich bin rap du bist nur ein arbeitsloser alter sack im internet ich finde der hat einfach den ganzen song über wie schön die gerippt das ist doch einfach schön aber das ist egal muss er wissen ja also jetzt haben wir den 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 song durch was ist so resume wenn jeder möchte ist jetzt jeder was dazu sagen noch ich halte nicht mal was war da hgo schreibt wo ist jetzt der dis ich weiß nicht mal ja genau was ist der bis daran jeden tag live zu sein du gibst dir mühe um erfolgreich zu sein auch das ist wieder ein argument von marvin wir haben doch letztens noch darauf reagiert und uns lustig gemacht darüber dass marvin sagt jay macht echt alles um bekannt zu werden und dann meinte kostet zu mir jay warum tust du nicht nichts dafür um bekannt zu werden dann habe ich zu ihm gesagt weil ich dann nicht bekannt bin und dann wisst mich marvin dafür dass ich nicht bekannt bin du musst mir sagen wer marvin ist marvin california ist so ein reaktor den webster jetzt voll mag weil er marvin california hat auf youtube ein video darüber hochgeladen wir auf webster sein district reagiert bei meinem gab es irgendwie kein youtube upload marvin california mag mich nicht so verstehst du aber wir unsere beefs hatten in der vergangenheit hinher hinher der macht auch so youtube twitch content und so weiter und so fort und ich habe ihn ein paar mal kritisiert da gab es öfter mal streit und deswegen ich glaube der findet sachen die gegen mich gehen ganz cool und deswegen hat er gleich auf webster deswegen hat er gleich zum ersten mal in seinem ganzen leben auf webster reagiert zufälligerweise jetzt wo es um mich ging ich kenne ja ich wünsche raps da auf jeden fall nur das beste ich wünsche aber auch allen die bei macht war nur das beste ich würde jetzt über niemanden negativ reden der mit mir zu tun hatte sag ich mal außer der hat mich absolut abgefickt und ich glaube nicht dass sie das gemacht habe ich weiß es nicht weiß ich war jetzt zu dem zeitpunkt nicht da aber nein dass wir das nicht gemacht haben ja genau ich habe es gerade nicht verstanden aber was ich halt definitiv sagen kann ist dass du das studio nicht finanziert hast weil das studio war schon vor dir da weil ich weiß es ganz genau es war aber auch so ja und mit russ hatte jay schon sechs jahre bevor bei ich habe mir persönlich kennengelernt du warst ein zwei monate unter mir nachgericht das sagt man ist ja das glaube auch wichtig 2006 6 genau 2006 so lang ist es ist ja voll komisch dass sich jay und russ gegenseitig unterstützen wenn sie 20 jahre aber das ist ja auch mal zwei ja ich verstehe nicht warum der so negativ regelt ich finde es halt jetzt nicht korrekt von dem auch wenn ich jetzt mit raps da kein problem habe oder hatte muss auch niemand erwarte ich auch nicht eher eure sache sage ich genau aber ich kann euch nur sagen dass das studio davor da war und muss seine freundschaft schon 20 jahre ist bald ja egal und wenn du doch so schlecht bist oder ihr so schlecht zeit dann macht doch alter ja ich also was er schickt mir dann sagt mir bescheid wo ich was finde weil du weißt ich suche da nicht um oder so dann schaue ich mir das an also wenn du doch so gut bist aber da muss ich jetzt nicht jedes mal jesus hier macht da kostet hier sondern macht doch mal gute tracks also ich will es mal sehen weiß weil er kommt ja ich muss ja schon sagen ja ja auf jeden Fall nicht umsonst zu macht rap gekommen richtig ja auf jeden fall ist was halt jetzt so ich finde es halt nicht gut ich sage es euch wie es ist also ich meine meinung ich das ich teile diese meinung ich finde ich finde nicht dass schlecht ist aber ich finde auch nicht dass es gut ist und aus einem ganz einfachen grund es hat sich nicht weiterentwickelt es klingt eins zu eins immer noch wie das was er bei uns gemacht hat er ist an dem punkt stehen geblieben das meinte ich auch vorher vorher mit feuer verloren diese power verloren weiß nicht durch was was in seinem leben passiert ist ob es vielleicht kifferei war oder sonst irgendwas er sagt ja selber ich ziehe immer noch am joint und bin immer noch voll krass nein brepster du warst nie krass wenn du gekifft hast sorry aber ich meine meinung ich sehe hier doch wichtigen kommentar auch okay das studio war davor da aber was ist mit der gabel okay ich muss zugegeben er hat gesagt die gabel mit der du ist wurde von mir finanziert okay wir müssen ganz klar zugeben die gabel hat rap star finanziert rap star du bist ab jetzt eingeladen du kannst vorbeigehen du kannst die gabel abholen du kannst die soll ich gerade sagen du kannst nämlich einen löffel von meinem neuen künstler finanziert bekommen das heißt es gleicht sich wieder aus okay costa resümee ja also resümee ja ich habe ja schon währenddessen sehr viel ins mikro rein costa sonst hört man nicht damit ich nicht so alles so blöd halten muss ich habe ja währenddessen schon sehr viel geredet ja deswegen will ich mich da auch ehrlich gesagt nicht wiederholen ja die punkte sind bei mir klar auch kommuniziert vorhin auch dass das auch der district also fast von vorne bis hinten durchgelogen ist ich könnte das noch mal explizit komplett auseinander nehmen mit fakten auch noch aber die die mir da habe ich gar keinen bock drauf dieses thema ist auch jetzt eigentlich nur so groß weil weil wir uns auch darauf einlassen weil wir im endeffekt wenn denn wir haben eigentlich ein bisschen mit der promo geholfen hätten wir in der derselben nacht nicht rap star gedürzt wäre das thema jetzt schon erledigt und die wahrheit ist halt einfach das geht auch an rap star und jetzt rede ich auch nur für meinen bruder scheiß mal auf macht rap ohne jay das sag ich jetzt als als ich tu mich mal kurz zur seite die kritikpunkte gegenüber mir die die kann er noch mal bringen oder sonst was aber jetzt mal einfach nur mal hackt wie er sagt ohne jay rap star wärst du gar nichts ganz einfach gar gar nichts und das beweist ja schon alleine dass die einzige der einzige grund warum du jetzt auch wie ich gerade gehört habe von von marvin in einem highlight in dem stream jetzt behandelt wurde es ist einfach nur der punkt dass du jay bist warum wurde denn noch nie von marvin über irgendein song von dir sonst berichtet so und das sag ich jetzt sag ich jetzt als costa ganz klar ohne jay bist du gar nichts rap star und der der district cool nice aber ist kein dis also ich finde ich finde ich finde jeder kann jetzt für sich entscheiden man kann ja vergleichen gibt ihm die gabel auf jeden fall ich gebe ihm die gabel zurück aber ich finde jeder kann für sich im internet entscheiden rap stars district oder meiner welcher hat euch besser gefallen und anhand dessen könnt ihr dann in zukunft entweder verfolgen was der eine macht oder was der andere macht oder ihr könnt auch verfolgen was beide machen ist mir ehrlich gesagt völlig egal aber ich sag mal so ein ohne zu viel meinung vorzuframen eine weitere antwort auf das sehe ich nach meinem track absolut nicht notwendig weil alles was zu beantworten war haben wir hier und heute beantwortet es ist ich sage es so ich gehe nicht auf die skills ein wer findet wer besser gerappt hat ob den leuten besser rap sticky star von mir gefallen hat oder sein battle laune hat seinen song übrigens battle laune genannt ja habe ich gesehen gern geschehen rap star aber warte ganz kurz egal wer welchen track wie fand ich sage nur zwei sachen dazu zwei sachen erstens alles was du an ernsthaften anschuldigungen getroffen hast ist gelogen real talk beweist das gegenteil außer die gabel und zweitens ich sag dir noch eine sache für dich selber rap star wenn du so krass warst wenn du der motor warst für den erfolg von machtrap wenn wir durch deinen erfolg erfolgreich werden wollten und auch wurden weil wir durch dich finanziert wurden warum bist du dann seit du weg bist seit ganzen sechs jahren völlig erfolglos warum man kann es mit den worten von shindi sagen mashallah mach nochmal das ist ein gutes beispiel mit shindi bei shindi kann man sagen klar den einstieg hat er hat er durch durch dich geschafft aber so aber er hat sich weiter dann hochgearbeitet und hat es geschafft wie mit dem star ist er nicht durch mich geworden ich habe ich habe ihm das ich habe im fundament gegeben und deswegen finde ich trotzdem dass eine eine dankbarkeit korrekt wäre aber ich habe nie behauptet auch dass ich schon die bekannt gemacht habe ja genau und und er hat gezeigt dass er daraus was machen konnte ja genau so dann wir können ja einfach wir können es doch jetzt so stehen lassen ja ja rap star hat doch jetzt die chance ja so wir haben ihnen jetzt wir haben ihnen jetzt starthilfe gegeben genau wir haben dir wieder starthilfe gegeben wir lassen dich jetzt alleine machen rap star okay also du kannst jetzt ohne die schlimmen macht rap und jay und costa die schlimmen glatzköpfe und so das wird bestimmt abgehen genau und jetzt ist und ich gönn's dir rap star von herzen gibt jetzt richtig gar sind ja alle op songs top ich wünsche mir dass du es kommen junge du schaffst es nicht wirklich macht sie durch ja vielleicht klappt es ja ja du hast ja jetzt du hast ja alles also müsste es ja jetzt eigentlich klappen ohne uns wir haben dir wieder wieder mal hilfe gegeben ist ist okay no problem sehr gerne ja und jetzt zieh durch raps dann ja und jetzt kommen packst du ja mach mach jetzt raps dann mach jetzt gibt gas schaffst du ganz sicher hammer freue mich schon so können wir es und dann können wir mal ein paar monaten können wir das thema noch mal oder wir können mal untereinander sprechen und dann überlegen ob wir uns das ganze mal noch mal anschauen jesus oder ja noch mal so ein resümee und sechs monate resum kassensturz können wir mal machen so ein aufmerksamkeits kassensturz bei rap star ja ob er es geschafft hat wenn er es geschafft hat dann freut es mich voll dann hat dieser aufbau von vor jahren hat er auch was gebracht dann haben wir einer jungen karriere noch mal ein bisschen geholfen zum anstupsen jetzt ja dann dann haben wir deine karriere jetzt noch mal angestupst und dann kannst du ja durchziehen und erfolg haben ja ja ich glaube nicht ich glaube das wird er schon packen mir ist egal aber ich wünsche ihm auch nicht schlecht das soll er es schaffen ist mir egal mr milfanta schreibt wie würdest du reagieren wenn er dir jetzt persönlich über den weg laufen würde könntet ihr euch die hand geben und vertragen also erstens er ist mir er ist mir schon mehrfach über den weg gelaufen seitdem und er hat immer weggeguckt und ist auch besser für ihn also ich ich habe keine intention ihn irgendwie anzugehen oder sonst irgendwie aber der ist einfach ein ein schisser und da gibt es auch nichts zwischen uns zu reden oder hand zu geben ich habe kein interesse jemandem die hand zu geben der sich so undankbar verhält und der so respektlos ist ich will ihm aber auch nichts wenn ich ihn sehen würde ich würde ihn einfach gar nicht beachten genauso wie die letzten male als wir uns gesehen haben so ich habe den auch irgendwie noch nie in stuttgart gesehen doch ich sag ja ich habe ihn auf keinen rap events das nicht ich habe ihn aber zweimal in der stadt gesehen und da hat er jedes mal weggeschaut ich war da vielleicht irgendwo irgendwas dann hat er da wahrscheinlich hingeschaut weil da was nein 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 er hat mich schon angeschaut und dann halt wieder weggeschaut aber vielleicht ist dann irgendwas passiert irgendjemand vom fahrrad geflogen hat halt da hingeschaut das kann sein ja weil er kann dir auch wieder alles wegnehmen eigentlich das stimmt weißt du ja das stimmt er kann mir alles wegnehmen wollen wir kurz uns noch seine insta stories zum abschluss angucken dann geben wir ihm die chance dass auch noch mal sein social media mit seinen krassen 10.000 followern die natürlich sehr viel mehr und viel erfolgreicher sind als meine auch noch mal da bisschen starthilfe mit geben schauen wir mal rein instagram rappy interesting und rein wird das von seite noch weiter gehen offen und ehrlich gefragt weiß ich nicht hören bis uns am samstag zusammen mit costa und dann gucken wir aber also stell dir doch mal die frage selber ist das also wenn wenn meine wenn also wenn ich rap sticky star gebracht habe und das seine antwort darauf ist wie viel prozent würdest du es verteilen also wie viel bei wie viel prozent war meins und bei wie viel prozent ist seins der schaut auch echt jeden tag meine streams oder ich meine das war gestern an der stelle liebe grüße an dich bist auch jeden tag live ja bei mir aber schaust halt den kontakt er macht so einen eigenen erfolgreichen ist so ein bisschen kack kack old styles oder er guckt mir zu wie ich was mache um erfolgreich zu werden vielleicht färbt es ein bisschen auf dich ab rappy ehrlich hast du es ja schon gehört ist ja auch nicht lang es gibt legenden die älter sind die ich respektiere und richtig promo mit cover guck mal richtig promo oh mein gott danke marvin bester streamer in den hand der arme schon unangenehm egal man kann sich an jedem ast feste macht 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 doch macht doch raps da einfach kommen jetzt hat jetzt jetzt hast du die jetzt ist dein jetzt gibt den release heutzutage braucht man keine videos mehr die ganzen anderen rapper zeigens die machen gern content auf tik tok und insta mach raps da und werde erfolgreich fun fact usumarji schreibt gerade marvin ist nicht mal in deutschland aber gut ja gut jetzt ist auch langsam mal genug mit dem zirkus genug von dem thema und soviel dazu und soviel dazu Danke.